So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu dem kleinen, aber feinen Review von dem da. Und zwar ist das der Behringer Model D und hätte mir vor zwei Jahren einer gesagt, Marco, du kaufst hier irgendwann mal einen Behringer Synthesizer, Arschkarte, würde ich wahrscheinlich niemals von mir behaupten. Denn ganz ehrlich gesagt hat Behringer bei mir gar keinen guten Ruf bisher gehabt. Und das hat sich seit gestern schlagartig geändert. Behringer hat den besten Ruf aller Zeiten auf einmal bekommen. Das Ding ist der Hammer, das muss man schon mal vorweg sagen. Und wir wollen einfach mal gucken, was der so kann, wie er daherkommt etc. pp. Dieses kleine Heftchen war dabei. Das ist eher so, ja, für die Tonne. Auf gar keinen Fall cool. Was war noch dabei? Das war noch dabei. Und zwar habt ihr ein Buskabel. Denn der gute Behringer ist Euro-Rack. Euro-Rack-Ready. Das heißt, ihr könnt ihn quasi hier abschrauben und direkt rein in euer Modular-System. Für mich, sage ich mal, ein sehr schöner Einstieg. Vergleichbar mit diesen Mather-Geschichten von Moog oder diese kleinen Rohländer, die es da jetzt zur Zeit gibt. Ein schöner Klangerzeuger, nein, der geilste Klangerzeuger, der Platz finden kann in so einem Modular-System. Nein, also wirklich der Bombe. Ja, und die beiden waren auch dabei. Zwei kleine Patchkabel, die ihre Daseitsberechtigung haben. Denn er ist patchbar und er macht auch Spaß, gepatcht zu werden. Es macht Spaß, ihn zu patchen. So, wer das Original von früher kennt, der kennt auch den Trick Headphones up in den External-In. Brauchen wir nicht. Denn der ist hier sozusagen hart gepatcht. Das heißt, ich kann hier den External-Reus zum Beispiel aufdrehen. Und dann ist er ohne Patchkabel schon da drin. So, ansonsten, was gibt es zu dem Gerät zu sagen? Wir haben hinten zwei Audio-Ausgänge, ein High, ein Low. Wir haben hier vorne den Main-Ausgang zusätzlich, der natürlich dann Sinn macht, wenn wir das ganze Frontpanel abschrauben und in ein 19-Zoll-Eck einschrauben, also ins Alvor-Rack. Weil da haben wir natürlich hinten die Audio-Ausgänge nicht mehr. Somit haben wir hier oben noch den Main. Ansonsten haben wir eine USB-Schnittstelle. Wir haben MIDI-In, MIDI-Through. Es ist hier so, wie ich gelesen habe, kann man sich insgesamt 16 von den Model-Ds kaufen und die miteinander kuppeln, um somit einen 16-stimmigen Polyphon-Mog-Nachbau-Klon zu haben. Macht natürlich extrem Sinn an dieser Stelle, weil das Gerät kostet gerade mal 349 Euro, jetziger Stand 25.05.2018. Und mal ganz ehrlich, kauft man sich davon drei Stück, dann hat man einen dreistimmigen Synthesizer, der... Meine Fresse, der richtig was kann. Also der... Wahnsinn, wir werden den Sound der gleich hören. Ansonsten geil verarbeitet. Ist eigentlich mit jedem anderen vergleichbar. Also Blech, Stahl, keine Ahnung, auf jeden Fall Metall. Die Holzseitenteile, behaupte ich mal, ist kein Holz. Sieht so aus wie Holz. Ist es aber, glaube ich, nicht. Könnte Plastik sein. Das ist schwer, da einen Test zu machen. Es sei denn, man macht sich die Dinger kaputt. Generell muss man sagen, habe ich hier auf dieser Seite extreme Macken drin, die geliefert wurden. Also diese Macken gab es von Anfang an. Und ich habe den Hersteller, nein, nicht den Hersteller, sondern den Versender sozusagen angeschrieben. Das ist ein Musikhaus hier bei mir in der Nähe. Und habe gefragt, Mensch, Leute, da sind Kratzer drauf. Und der hat mir nur eine Mail zurückgeschrieben, so, hey, du bist nicht der Einzige. Das ist wohl bei mehreren Leuten vorgekommen. Klar können wir dir ein neues Modell schicken, aber wir können nicht vorher reingucken, weil dann ist das Siegel gebrochen. Und somit muss ich damit leben. In meinen Augen sehr schade, denn Behringer versucht sich hier einen Ruf aufzubauen, den sie vorher nicht so hatten. Und dann müssen sie aber auch Ware versenden, die 100% wenigstens optischer Zustand erreicht. Denn irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich sagt, okay, ich brauche diesen Synthesizer vielleicht nicht mehr, packe ihn wieder ein, verschicke ihn via Ebay dann zu irgendjemandem, der ihn gerne haben möchte. Und derjenige schreibt mir dann, hey, Moment mal, du hast geschrieben Top-Zustand. Da sind aber Kratzer auf der Seite. Das ist, wie früher beim Pokémon-Karten sammeln, ist da eine Ecke umgeknickt, denn will keiner mehr diese Pokémon-Karten haben. So einfach ist das. Ja, alles Meckern auf hohem Niveau, kommen wir mal zum Wesentlichen, zu dem Gerät selbst. Das Gerät ist unterteilt in verschiedene Sektionen, eigentlich so, wie es jedes Synthesizer, wie es jeder Synthesizer ist. Und ich möchte diese ganzen Funktionen auch gar nicht erklären. Ich denke mal, jeder von euch weiß, wie ein Synthesizer funktioniert. Sondern wir wollen uns eigentlich mal einen Eindruck verschaffen, wie klingt das Ding. Wir haben im Endeffekt fünf eingebaute Oszillatoren. Das ist schon mal Punkt eins. Dazu haben wir die Möglichkeit, eine externe Quelle noch dazu zu holen. Und diese externe Quelle ist, wie gesagt, jetzt zurzeit hart verpatcht mit unserem Main-Out. Das heißt, das Signal, was rausgeht, können wir über den Externe hier wieder zurückgeben und können somit den Sound noch richtig, richtig fett anfetten. Jetzt habe ich gerade gesagt, fünf Oszillatoren. Da werden sich jetzt der eine oder andere sagen, Mensch, Mara, da sind ja nur drei Stück drin. Nein, das sind eins, zwei, drei. Dann haben wir hier den Voice-Oszillator, was ja eigentlich kein Oszillator, sondern eher so ein Generator ist. Umstellbar von White auf Pink. Das sind dann insgesamt also vier Klangerzeuger. Und der fünfte verbirgt sich hier oben in der Filtereinheit, Filtersektion. Das Filter ist nämlich selbst resonierend, also es kann schwingen. Und somit verbirgt sich dahinter noch der Sinus-Oszillator-Generator-Erzeuger-Schrägstrich, wie auch immer ihr das nennen wollt. Er hat also fünf Möglichkeiten, Klänge zu erzeugen. Und die sechste Möglichkeit befindet sich dann da, externe. Wir haben die Hauptsektion, sage ich mal, mit den Oszillatoren. Wir haben den Mixer. Wir haben die Envelope-Steuerung. Wir haben das Filter. Wir haben den Output. Und wir haben unsere Modulationsecke, wo sich unsere Modulatoren befinden. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was das Teil so kann. Nein, Stopp, vorher noch. Konnektivität zum Rechner. Das hier ist kein MIDI-Interface im klassischen Sinne. Oder doch, es ist eigentlich nur ein MIDI-Interface. Oder ist es nicht? Im Endeffekt kann ich darüber MIDI-Signale nur ausgeben. Es ist keine Audio-Verbindung implementiert, wie es zum Beispiel bei anderen Herstellern ist. Aber sind wir mal realistisch, 350 Piepen, da kann man sowas auch nicht erwarten. Also das ganze Ding via USB angeschlossen. Bei mir sind jetzt zwei Anschlussarten. Ich habe jetzt einmal das MIDI-Keyboard so angeschlossen und das USB, weil ich über, wenn ich alles über USB mache, dann habe ich wieder Latenzen, die ich nicht haben will mit dem Videoprogramm. Und dann frisst mir das alles zu viel Ressourcen. Also für euch ganz simpel, ihr schließt den USB-Stecker an und das war's. Gut, dann drehen wir mal auf und überzeugen uns von diesem ultra-fetten Klang. So, was soll ich sagen? Fett. Klingt wirklich cool. Wir haben verschiedene Wellenformen natürlich pro Oszillator. Wir haben das Dreieck. Dann eine Mischform, Sägezahndreieck. Dann haben wir den Sägezahn. Und das Rechteck mit verschiedenen Pulsweiten. So, wie man es von dem Mini-Mog zum Beispiel gewohnt ist, wenn man ihn schon mal in den Händen hatte. Ist einfach nur ein bisschen Reverb. Das ist einfach nur eine Mischformen. D&D. Untertitelung. BR 2018 Ganz, 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 ganz fett, warm, saftig, frisch, erquickend. Geil. Für das, was man bezahlt hat und was man bekommt, hat mich das einfach umgehauen. Ihr müsst euch diesen Klang einfach auch mal über Kopfhörer oder über einen Subwoofer geben, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, ihn mal selber zu testen, denn er klingt wirklich, wirklich fett. Ich fahre jetzt mal einen zweiten Oszillator dazu, stimmen wir den mal ein bisschen um hier. ULTRA Ja, klingt einfach wirklich, wirklich fantastisch und das macht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß in diesem Kleinkasten, mit diesem Kleinkasten rum zu experimentieren. Jetzt habe ich euch eben schon erzählt, dass wir eine harte Verpatchung haben von unserem Ausgang zu unserem External-In. Solange kein Kabel in einem External-In steckt, bleibt das auch so. Das heißt, sobald wir ein externes Signal reinpacken, ist diese Verpatchung auch Geschichte. Also wird getrennt. Ich drehe jetzt einfach mal den External noch dazu, das heißt, ich aktiviere den. Hier sind ganz normal, wie man es ja auch kennt, die Schalter, um ein- und auszuschalten, die einzelnen Oszillatoren. Und jetzt drehen wir den einfach mal auf und gucken, was passiert. Musik Macht auch ultra Spaß, weil der Sound einfach satt wird. Wir übersättigen quasi den Sound und können damit so richtig schön eklige, dreckige... Ihr wisst schon, was ich meine. Wir hören uns das Ganze mal ein paar Oktaren. Hören wir an. Das, was man erwartet im Endeffekt. Das Torschen in einem New Level. Also es macht wirklich, wirklich, wirklich Sinn und auch Spaß, diese interne Verpatschung. Fahren wir mal den dritten Oszillator dazu. Den stimmen wir einfach mal so. Machen wir den ganz hoch. Auch hier gibt es nichts, also es gibt nichts zu meckern, Punkt, Ende, aus. Ihr habt das Filter jetzt mehrfach gehört, auf und zu. Das Filter kann natürlich auch eine wunderschöne Resonanzfrequenz erzeugen. Und wir hören uns generell mal die Resonanz an. Lass sich vom Meer und zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Und ihr habt natürlich auch hier die Funktion, über die blauen Taster zu sagen, folge dem Keyboard. Das heißt, unsere Resonanz folgt auch dem Keyboard. Und ihr habt natürlich auch dann die Möglichkeit, diesen Oszillator alle auszumachen, hier zu sagen, Control und voller Resonanz aufzudrehen und den Filter zu schließen. Und ihr habt natürlich auch hier die Funktion. Und damit euren Sinus zu erzeugen. Ja, that's it. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Wir können die Hüllkurve oder den Filter über eine Hüllkurve ansteuern. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Dafür lasse ich einfach mal eine Spur bei Ableton laufen. Die jetzt schon läuft. Ich lasse das Ganze jetzt mal laufen. Ich drehe mal alles runter. Habe jetzt nur einen Oszillator an. Ja, Feuer frei. Das Gerät läuft jetzt schon. Ihr hört ein kleines Knickern, tickern. Weil natürlich jetzt ein Signal anliegt. Aber die Decays sind geschlossen, die Attacks sind geschlossen. Und jetzt habe ich hier natürlich die Möglichkeit... Und jetzt habe ich hier natürlich die Möglichkeit... Und jetzt habe ich hier gearbeitet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gehen wir mal ein paar Schritte tiefer Und geben eine ganze Menge Resonanz dazu und dann hört ihr was? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mach mal den wieder aus, setz mal wieder so, dass wir Keyboard-Controlled sind und mach mal meine ganzen Modulationsmöglichkeiten an Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und der ist natürlich auch von der Wellenform her umschaltbar Und der ist natürlich auch von der Wellenform her umschaltbar Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 All you need. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, den Voszillator dafür nicht zu verschwenden. Und zwar haben wir hier oben LFO-Ausgänge. Ich setze jetzt mal den... Ja genau, den Puls auf CV. So. Den machen wir einfach aus. Und jetzt habe ich hier unten den einzelnen LFO. Oh, das Dreieck. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Womit ich dann spielen darf Ich habe auf jeden Fall für mich festgestellt, dass es zwei Wege gibt zu modulieren Und dass auch beide Wege miteinander kombinierbar sind Sowohl LFO als auch LFO als auch LFO Also ich kann das Ganze so ein bisschen miteinander Und dann kommen da ziemlich, ziemlich, ziemlich verrückte Sounds raus Und was soll ich sagen Dieses Ding ist eine absolute Empfehlung von mir Die ihr euch in die Haare schmieren könnt Oder auch umsetzen könnt und sagt Ich muss wenigstens mal ins Musikhaus fahren und das Ding einfach mal testen Tut das, macht das Lasst euch überzeugen von diesem hammermäßigen Monster-Mörder-Megasound Der das Ding wirklich raushaut Ich bin zu 200% beeindruckt von dem Billiggerät Und muss meine Meinung, was Behringer angeht, zukünftig auf jeden Fall krass überdenken Oder habe sie schon krass überdacht Ich bin immer noch kein Fan von Behringer Mischpulten Oder irgendwelchen Kompressoren oder was sie so raushauen Aber was Synthesizer angeht Freue ich mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Neuntron Der im August glaube ich erscheinen wird Und schon vorbestellt ist bei mir Der wird auf jeden Fall kommen Zukünftig werden wir Oder werdet ihr auf jeden Fall Noch das ein oder andere Video sehen Wenn es um den Sound geht Ich werde immer mal wieder Aufnahme starten Wenn ich schöne Patches gebaut habe Und melodisch unterwegs bin Dann werdet ihr das Ding auf jeden Fall noch weiterhin sehen Allerdings ist das für jetzt erstmal genug Ihr wolltet von mir wissen, was ich von dem Ding halte Ich habe euch jetzt meine Meinung gesagt Habe euch ein paar Pros und ein paar Kontras gesagt Und dementsprechend war es das jetzt erstmal Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß beim Zusehen Und konntet was mit meinen Infos anfangen Mit meiner Mit meinem dummen Quatsche Und ja, seid happy Gut, in diesem Sinne wünsche ich einfach mal Viel Spaß beim Ausprobieren Rumprobieren Nachkaufen Wie auch immer Macht irgendwas Hauptsache ihr kriegt das Teil wenigstens einmal in die Hände Und ja, könnt die mal ausprobieren In diesem Sinne wünsche ich ein angenehmes Wochenende Heute ist Freitag Bis dahin Adios Muchachos Und Tschüss Wie auch immer